So, pass auf, bei dir ist ein Infanterie-Trupp auf dem Weg. Fahr einfach mal mit dem Panzer rüber, wenn du ihn hättest. Ach. Ja, die Twin Plates machen das schon. Guck dir das an. Das können sie gerne öfter schicken, dann leveln die wenigstens bisschen. Das wäre nicht schlecht. So. Wenn diese dämlichen Miki gar nicht so teuer wären, würde ich ja einfach mal in die Basis von denen schicken. Und dann würde ich einen Orbital-Abwurf hinterher schicken. Ich könnte auch noch ein Orbital-Dingens mit reinknallen. Vielleicht würde es sich da lohnen. Ach, da kommt ja das feindliche Kommando, die Yuriko. Bitte als Primärziel den Totenkopf nehmen, ne? Schnell. Was? Welchen Totenkopf? Hat meine Tesla-Spule gerade gegrillt. Jetzt kommt... Guck mal, da steht was. Was weg muss. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel wählen. Repariert. Das hier. Da, wo meine Jäger drüber sind. Hm. Das ist eine Artillerie. Ach, das Ding. Ziel wählen. Das ist da rum. Das ist da rum. Das ist da rum. Das ist da rum. Mal schauen. Das ging ja noch. Nee, ich hatte gerade mal die komischen Robo-Staff gesaugt. Die machen beim Runtersfallen aber nicht viel Schaden. Da macht irgendwie ein Panzer mehr Schaden. Zack. Zack. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. So, was brauchen wir denn schönes Türmischen? Oder so. Das Böse an der Mission ist ja, dass der Gegner, im Prinzip jeder gegnerische Computer, da sind ja im Prinzip drei Computer, gegen die wir gerade spielen, ähm, kann einmal ein Kommando ausbilden. Also von der Sache her könnten die drei Kommandos gleichzeitig auf uns schicken. Was gar nicht mal so nett wäre. Richtig. Können wir eigentlich gleichzeitig auch Natascha ausbilden, theoretisch? Musst du probieren, musst du eine Kaserne bauen. Ah, nee, da stecke ich lieber Geld in Twin Blades. Momentan. Apropos. Ich sehe gerade, die sind ja zu Ende produziert. Unfassbar. Bau abgeschlossen. So. Ich habe neun Twin Blades. Neun? Neun. Ich habe... Zwanzig. Zwanzig. Jetzt habe ich einundzwanzig. So. Wird gebaut. Ich brauche mehr Luftabwehr. Dafür habe ich schon fünf Apokalypse-Panzer. Wieso habe ich... Ach, scheiß, mein Presskran ist schon wieder kaputt gewesen. Und deshalb... Ich habe mich gerade gewundert, wo meine zweite Bauschleife hin ist. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Geldprämie bereit. Feindlicher Infiltrator geordnet. Oh, feindliche Infiltrator geordnet. Da kommt ein Shinobi. Ja. Ach, der sollte ja kein Problem sein. Naja, bloß wenn der in einen Generator reingeht, dann wird dein gesamter Strom abgeschalten. Soweit sollten es die Twin Blades nicht kommen lassen. Twin Blades Inspektion abgeschlafen. Das ging recht gut. So. Ist eigentlich irgendeine billige Einheit bei den Sowjets, die ich einfach mal an deren Basis rin schicken kann? Ich weiß nicht. Ah, damit könntest du ja noch ein bisschen warten, damit ich dann auch meine Fähigkeiten wieder bereit habe. Dauert noch ein bisschen. Ja. Ich habe dir übrigens mal vier Tesla-Spulen geschenkt. Ich glaube, das müsste reichen. Das ist sehr freundlich. Konnten die eigentlich Boden- und Luftabwehr übernehmen? Oder die Tesla-Spulen? Oder wie war das? Ja, scheiße. Meine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich habe ihn aus. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Twin Blades Inspektion abgeschaltet. Übrigens hat gerade so ein König-Oni, also dieser Roboter, mein Apokalypse-Panzer im Nahkampf besiegt. Suche nach Zielen. Feindliche Einheiten entdeckt. Also ich habe mal diese Harpune einfach so aus Scherz probiert. Da wurde herangezogen. Der scheiß König-Oni hat einmal zugehauen und der ganze Panzer ist auseinandergeflogen. Der Trebstoff reicht. Twin Blades Inspektion abgeschlossen. Ich weiß nicht, aber wenn wir dann die Japaner spielen, da finde ich die irgendwie nicht so besonders toll. Ich finde die sehen cool aus, aber das war es wahrscheinlich auch schon. Ja, die halten halt übelst viel aus. Ja, okay, das stimmt. Kann das sein, dass sich bei denen noch die Panzerung irgendwie verstärkt, wenn die den Level-Aufstieg haben? Ja. Also, weil das hat, also ich fand, der hat der erste ein In-Level bekommen, als er bei mir in der Basis aufgeräumt hatte. Und der war schon viel schwerer zu besiegen als der normale. War so mein Eindruck. Wird gebaut. Twin Blade Inspektion abgeschlossen. Wird gebaut. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Feindlicher Infiltrator geortet. Wieder ein Infiltrator. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt, na das gefilgt mit. Gucken, wie weit ich den Strom abschalten kann. Hast du übrigens mal irgendwie so einen Orbitalregen oder so bereit? Ja, wenn du mir sagst, noch auf was? Äh, sag ich dir gleich. Auf die Basis dann da, oder? Na, auf, äh, du am besten auf den Bauhof. Und ich suche mir ein anderes Ziel. Jetzt müsste es den Bauhof sehen. Ziel wählen. Er ist unterwegs. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ziel wählen. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Komm schon, der kriegt auch, der kriegt auch, der kriegt auch nicht mehr. Scheiße. Feindliche Einheiten entdeckt. Und wir kriegen den Drecks, den nicht kaputt. Hm. Ach man. Hätten wir weder so ins gehen müssen. Feindliches Kommando geortet. Naja, aber im nächsten Mal. Ne, der repariert den ja in der Zeit. Äh, weiß ich nicht. Bist du dir sicher? Ja. Also manchmal ist die Tarii so ein ganz kleines bisschen verbaggt. Sobald der Nebel des Krieges halt wieder drüben ist. Also sobald wir das nicht mehr sehen, ist sofort voll repariert. Boah. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Suche nach Zielen. Keine Gnade. Ja, ich muss mir mal ein bisschen Geld holen. Feindliche Einheiten entdeckt. Alle Felder müsste ich als Ruhe vor See-Einheiten haben. Ich hab nämlich die Häfen kaputt gemacht. Achso. Na, ich sammle noch ein bisschen, bevor ich mich irgendwie raus wage. Am besten ist es, wenn du direkt so weit rüber fliegst, dass du keine Geschütztürme hast und einfach nur auf die Generatoren gehst. Das reicht auch. Generatoren und eventuell halt so eine Milchfabrik oder so kaputt machen. Dann können sie halt, holen sie sich weniger Panzer und sowas. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Geldprämie bereit. Ziele wählen. Alles unter Kontrolle. Ah, nein. Rot der Himmel. Bau abgeschlossen. Alles unter Kontrolle. Ja. Der Treppstabreich. In der Basis sieht ja ziemlich mager aus. Ja, ich versuche gerade noch hier und da ein Geschütz wenigstens noch mal. Einzubauern. So, was machen die Twinplates? Hä, steht keine mehr an. Komisch. Sowjetische Luftrohrheit. Jetzt wird es das erste Mal sein, dass ich einen eisernen Vorhang baue. Mach ich sonst nie. Einfach aus Spaß, oder? Eine Einheit wird angegriffen. Ja, mehr oder weniger. Eigentlich braucht man den nicht, aber... Ja, man kann man Infanterie so schnell töten. Weil eigentlich ist ja der eisernen Vorhang eine Defensivfähigkeit, mit der halt Fahrzeuge unbesiegbar gemacht werden können für einen Moment. Aber man kann das auch offensiv verwenden, weil Infanterie, die halt von dem Feld eingegrenzt wird, wird sofort getötet. Egal welche. Wenn man denn mal eine schöne Infanterie-Ansammlung irgendwo sieht, sagt das Ding rein und alles tot. Feindliche Einheiten entdeckt. Ach, das ist doch blöd. Ich baue nochmal einen geschützten... Über die Wellen, da musst du übrigens aufpassen, dass sie sich bei dir an keinem Fahrzeug anheften. Weil, ähm, dann wird das Fahrzeug erstens übelst langsam, und zweitens haben sie dann so eine Zeitbombe, sag ich mal. Womit die einfach das Fahrzeug in die Luft sprengen können. Also sich selbst und das Fahrzeug und alles in der Umgebung. Der Himmel gehört uns. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Oha. Die Tesla-Türme sind schon gut. Unplädt Inspektion abgeschlossen. Also meine Fähigkeiten werden wieder bereit. Uh, die brauche ich auch gerade mal. Äh ja, da. Das hat funktioniert. Systeme online. Schön verschwendet. Haben Sie ein Ziel für mich? So, drei Minuten bis zum eiserneren Vorhang. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Und du hast keine Energie mehr. Hm. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Ganz klar. Äh, ich... Übrigens, ich hab drei Supergeneratoren. Also, ich hab Kapazitäten entdeckt. Ich übrigens nicht. Hab ich mir gedacht. Ich kann ja noch ihn bei dir hinstellen. Bringt jetzt rein. Ach, das ist schon aber schon lustig. Ne, ich baue gerade noch Generatoren. So, das reichen. Unterbrochen. Wird gebaut. Ja. Bau abgeschlossen. Und sonst so. Ja. Ja, es ist schon so. Also, die Mission ist wirklich bloß so, naja, warten, Armee bauen, zuschlagen, zurückziehen. Das ist eigentlich so die ganze, jetzt so eine Hit-and-Run-Sache hier, dass die Mission... Wir werden beschossen. Hauptquartier. Unzureichende Mittel. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Ja, sehen wir da drüben nach. Was darf es sein? Unterbrochen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindlicher Infiltrator geortet. Der kommt schon wieder zu mir. Ja, was sonst? Ja, wie gesagt, ich habe eine Gegner-Welle bei mir schon ausgeschalten. Der will tatsächlich... Auf alle Fälle keine Schiffe mehr. Der wollte gerade tatsächlich zum Reaktor rennen. Sonst ist er mal geradeaus einfach stur durchgerannt. Naja, wenn der hier vorne steht, den Saft abdrehen. Immer so doof. Wenn die in Produktionsgebäude gehen, also Kaserne, Waffenfabrik und sowas, kannst du vorübergehend keine Einheiten produzieren. Wenn sie in eine Raffinerie gehen, klauen sie Geld. Beim Reaktor wird der Strom abgestellt. Und beim Bauhof wird dein Radar deaktiviert. Und du kannst halt nicht bauen für eine Zeit. Und reparieren. Ganz schön mies. Ja. Wie sieht es mit den Twinblades aus? Wollte ich gerade mal gucken, ob ich in den Tümpel bei dir an der Seite eine Werft reinsetzen kann. Aber es geht nicht. Schade. Hätte sich bestimmt fett gelohnt. Och man weiss manchmal nicht. Was kommt denn da geflogen? Eiserner Vorhangbereiter, das höre ich gerne. Ähm. Ach egal. Was? Komm schon, komm schon. Nein, nicht zu langsam. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. So, jetzt gucken wir auf den Infanteristen. Bau abgeschlossen. Zack. Hat sich zwar überhaupt nicht gelohnt, aber ich hab das Ding nur. Musst du jetzt fünf Minuten wieder warten, oder was? Drei. Achso. Ich dachte, das, ja. Fünf Minuten sind die Waffen, die offiziell richtig Schaden machen. Also Protonen-Kollider. Also Protonen-Kollider. Ähm. Nanosturm heißt das bei den Japanern, glaube ich. Und bei den Osten gibt es, denn ich glaube Wasserstoffbomben oder sowas. Also die haben ja keine Atombomben, weil Einstein getötet wurde. Aber ich glaube Wasserstoffbomben oder sowas. Hm. Eine Einheit wird angegriffen. Repariert. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindlicher Infiltrator geortet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Selt eine Alarmbereitschaft. Oha. So. Haben Sie ein Ziel für mich? Unzureichende Mittel für die Spektional angenommen. Ich glaube, ich brauche glaube ich noch ein paar Verteidigungstörungen. Wollte ich gerade sagen, da brauchst du ein bisschen Verteidigung, wenn man angreifen will. Das ist schwierig. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Mig bereit für Erkundungsflug. Hui. Mig Jäger. Zack. Boah, Schreck im Boden versunken. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Oh, Erzmine fast ausgebeutet. Sehr gut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bringen wir es hinter uns. Eine Einheit wird angegriffen. Steh auf dem Kämpfe. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ach, ich will es vernünscht. Feindliches Kommando geortet. Nehmt das. Feindlicher Infiltrator geortet. Der Himmel gehört uns. Unter, könnt ihr in der Tasche auch mal wieder rausbilden? Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Nein, Hilfe. Rot, der Himmel. Eine Einheit wird angegriffen. Ist ja echt cool, wenn die App uns mal Kommandoeinheiten vorbeischicken. Naja, du hast dich auf die Gestürbtheit bei der ersten Tesla-Spiele. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. 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 Wer will Ärger mit mir? Guck mal, siehst du hier oben das verschanzte Gebäude, also wo sich der Japaner verschanzt hat? Hm, das blaue da? Ne. Ach ne, das ist nicht von den Japanern verschanzt. Warte, ne. Da ist so eine Flagge drüber, also ist es orange. Und dann ist so eine Flagge bei denen gehisst. Ein Zivilgebäude. Orange. Da ist so eine orange Flagge drüber. Ist das außerhalb des Nebels sozusagen? Ach ne, hier ist es. Ja gut, hab ich. So, und dann guck mal hin. Gucken, wie lange es dauert. Feindliche Einheiten entdeckt. Das Gebäude wurde infiltriert. Einfach mal geträumt. Ach ne, was ist denn jetzt wieder los? Da ist ein Spion, also ein Genobi in deinen Reaktor gegangen. Das meine ich, die drinnen dir den Saft ab. Das ist ja richtig nervig, weil ich hatte hier schon drei Türbe dran stehen. Also kurz, wer die ihn hätten kriegen können. Und, Hedis. Was ist denn das für ein Mist? Eine Einheit wird angegriffen. Na nö. Das mag ich ja nicht. Feindliche Einheiten entdeckt. Da haben die sich wieder eine Werft hochgezimmert. Wie können sie nur? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Meine Fresse, wie lange baut denn das noch an der Scheiß-Tesla-Spule? Wie sieht's mit deinen Fähigkeiten aus? Achso, die könnte ich immer wieder... Warte, warte, warte... Warte, 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 warte... So... Toxin-Krosion bereit. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Toxin-Zeugs habe ich auch zusätzlich noch. Ui. So, jetzt bei... Ne, ich gehe allein auf den Baubuch. Und du nimmst dir die Mech-Fabrik, die ist auch fast kaputt. Sehr gut. So. Jetzt kann er sich wenigstens kein MBF mehr hochziehen.